Okay, hier ist anscheinend einer. Irgendwo da oben. Okay, den haben wir. Nett, dass der so langsam gefahren ist. Der Drop ist gelandet. Ich wiederhole, der Drop ist im Ofen. Da ist natürlich genau an den Häusern dran. Oh, da ist einer. Der wird abgeballert. Und wir kranen jetzt ran hier. Und bam, da ist er weg. Und den anderen holen wir uns auch noch. Ach Mist, kein Benzin mehr. Hätte man vielleicht doch mitnehmen sollen. Okay, ich habe den aber gesehen da oben. Ich habe den gesehen. Wird aber gern sein ganzes Zeug mitnehmen. Ich habe auch kein richtiges Scope leider. Also ich könnte jetzt ranrennen. Wagemutig. Ach komm, ich renne jetzt. Geht's? Der andere Typ hat es auch halb überlebt. Ich habe leider keine Muni dafür. Ach da, am Haus. Okay. Schießt der andere Typ leider auch noch. Okay. Oh. Ey. Ey. Sag mal. Bist du bescheuert? Spiel oder was? Was soll denn das jetzt sein? Meine Herren. Okay. Auf jeden Fall weiß ich schon mal, dass einer hinten in dem Haus drin ist. Hm. Ich kann zumindest das nicht sehen. Ah. Und ich kann auch nicht an den Koffer da ran. Jetzt bin ich hier echt blöd eingekesselt. Vor allem, weil der Typ jetzt meine Reifen zerschossen hat. Ah, ich seh ihn. Ich seh ihn. Ich seh ihn. Easy. So, dann haben wir den einen schon mal weg. Aber ich denke mal, ich werde den anderen hier ungelootet lassen. Wusste doch, dass der da irgendwo in dem Haus ist. Ich fahre lieber zu dem hier ran und loote den dann. Vor allem, was ich ganz cool finde, wenn du... Wenn die Zone kleiner wird, habe ich mal so gemerkt. Wenn Leute mit Autos ankommen, immer drauf schießen. Weil manchmal wissen die gar nicht, dass da einer ist. Also wie ich jetzt hier beispielsweise. Da vorne rennt einer. Wenn du drauf ballerst, dann... Dann fahren die meistens dann vorbei. Gut, dass er sich hinlegt. Weil ich ihn besser abschieße. Was? What? Du willst mich verarschen jetzt, oder? Du willst mich jetzt echt verarschen. Der hat zwei Schüsse von dem Ding überlebt. Okay. Wie sieht es damit aus, mein Freund? Drei? Mit wann hält man drei Schüsse von der M24 aus? What? Einer in den Arm und einer, glaube ich, in den Brust. Oh Mann, das wird jetzt echt blöd, hier eine Stelle zu finden, wo man überleben kann. Da steht schon Buggy. Oh Leute. Leute, das ist nicht gut, Mann. Was? Ich... What? Get Shranked, würde ich sagen. Lol. Lol. Ich bin einfach rückwärts gefahren. Ich wusste nicht mal, von wo der schießt. Der muss da irgendwo gelegen haben. Oh Mann. Also rein theoretisch, jeder müsste jetzt das Gras genauso sehen wie ich. Also bin ich hier in Sicherheit, denke ich mal. Oh. Vor allem, wenn ich mich hier hinlege. Oh, ich bin sogar in der nächsten Zone drin. Sehr gut. Oh, ich glaube, da ist einer im Busch. Oder? Ah. Kann man jetzt nicht genau erkennen, aber ich könnte ja mal draufschießen. Okay, nee. Da rührt sich nix. Schaeb Ja. Ah, lass noch ein hugs. Okay. Okay. factors. Drei. Drei. Sorry. Drei. Drei. Bezug. Okay. Heimdammia? What? Oh Mann, was ist das für eine Runde? Echt jetzt, was ist das für eine Runde? Ich weiß es nicht. Ich weiß es leider nicht. Ich kann die Runde nicht beschreiben. Die ist gerade so bescheuert auch. Weil irgendwer schießt mich hier die ganze Zeit ab. Ach, da hinten rennt er. Okay, ich sehe ihn. Ich will jetzt eigentlich nicht aufstehen, weil da rechts in meinem Haus ist auch noch einer. Warte lieber mal, bis er stehen bleibt. Und dann gucke ich, ob ich den wegholen kann. Okay. Den haben wir ja. Uh. Uh. Die Pfanne. Das ist heute mein Lebensretter. Oh, meine Weste. Oh, die Zone. Oh, fuck. Die Zone. In dem Haus ist auch noch einer. Oh. Oh. In dem Kabupf dürfte keiner sein. No, bitte nicht, bitte nicht. Ja. Ja. So macht man das. Was eine Runde. Was eine Runde. Uh. Die Jungle VIP I've reached the top and had to stop And that's what's bothering me